Hallo, mein Name ist Esten Ednesic und ich leite die Kommunikationsabteilung im Bauhausarchiv und mache heute meine Bauhauspause. Sie sehen hier den Ausweis des Bauhausschülers Selman Selmanagic. Selmanagic wurde in Srebrenica in Bosnien und Herzegowina in einer bosniakischen Familie geboren und kam ans Bauhaus eher zufällig. Der später sehr einflussreiche DDR-Architekt hat in seiner bosnischen Heimat eine Tischler-Ausbildung absolviert, bevor er sich gegen den Willen seines strengen Vaters auf den Weg nach Deutschland machte. Ans Bauhaus dachte er zunächst nicht. Während der Zugfahrt machte ihn ein deutscher Ingenieur auf die Bauhausschule aufmerksam und empfahl ihm diese. Selmanagic zögerte nicht, fuhr nach Dessau und arbeitete am Bauhaus zunächst als Tischler in der Tischlereiwerkstatt, bis er genug Geld für die Einschreibung sammelte. Interessant am Ausweis ist neben seinem doch sehr ausdrucksstarken eleganten Foto mit Hut, Handschuhen und Pfeife in der Hand auch das zweimal durchgestrichene Dessau und das handschriftlich geschrieben in Berlin. Selmanagic erhielt sein Bauhaus-Diplom 1932, das die Nummer 100 hatte und zog im selben Jahr auch mit nach Berlin, bis die Nazis das Bauhaus für immer geschlossen haben. Am Berliner Bauhaus gab es aus Geldgründen keine eigenen Ausweise, deshalb wurde, wie Sie sehen, gerne improvisiert. Unterschrieben hat Selmanagic mit der germanisierten Form seines Nachnamens mit TSH am Ende. Auf seinem Foto wirkt er für mich wie ein Detektiv, spannend und mysteriös, wie es übrigens auch sein Lebenslauf war. Da ich selbst gebürtiger Bosnier bin, interessiere ich mich schon länger für Selmanagics Leben und Werk. Er war der bekannteste Bauchhäusler aus dem Raum des ehemaligen Jugoslawien, war dort aber selbst nicht tätig, sondern vorrangig in Ost-Berlin. Interessant finde ich, dass es ein letzter Wunsch war, in seinem Geburtsort Srebrenica begraben zu werden im Jahr 1986 und wo nur wenige Jahre später auch der Völkermord an den Bosniaken verübt wurde, das schlimmste Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. In der nahegelegenen Stadt Zvornik errichtete Selmanagic zu Lebzeiten für seinen Vater auch ein Familienhaus, das wohl einzige bauchhäusbezogene Objekt in Bosnien, welches aber nach Kriegsende 1997 für immer zerstört wurde.